Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, das ist super. Und möchten Sie das gerne auch weiterhin machen oder haben Sie gedacht, ich höre mal ein bisschen auf und dann Pause und dann fange ich wieder an? Ich mache es weiter. Super, das ist eine gute Einstellung. Ich bin der Georgios Kapagenidis. Wie viele Jahre alt sind Sie? Ich bin 18 Jahre alt. Machen Sie irgendeinen Sport oder so? Ja, ich bin seit acht Jahren im griechischen Tanzverein. Ah, wer hat Sie überzeugt? Also hauptsächlich meine Familie. Ah, okay. Wie können Sie diesen Tanzverein beitreten? Schon von klein aus hat mir das Tanzen gefallen. Und ich habe auch schon mit Ballett angefangen. Da habe ich das aufgehört. Und jetzt, seit ich sechs bin, habe ich das dann begonnen zu tanzen. Und wie fühlen Sie sich denn in diesem Verein? Sehr gut. Also die Leute sind auch sehr nett und freundlich und offen. Und ich komme ganz gut mit denen, klar. Und wie schaut es mit der Zukunft aus? Wollen Sie weitermachen oder sogar eine Karriere starten? Eine Karriere denke ich nicht. Aber das wäre halt mein Traum, es weiterhin zu machen. Aha, okay. Und was ist mit dem Ballett? Das ist so eine Sache. Das weiß ich, ich bin irgendwie schon aus dem Alter irgendwie so raus und ich möchte es nicht mal so. Also eher so Hip-Hop oder Griechisch tanzen. Okay, danke schön.